Hey Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, Play4Pain, und ja, ähm, heute komme ich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das Video ist diesmal Black Ops 2, aber es ist nicht von mir spielt, ähm, das hier, was hier als hochklein wird, ist vom Quertier spielt, einem Freund von mir. Und ich lade's bei mir hoch, einfach, ja, weil es bei ihm nicht so richtig bekannt ist und trotzdem ein richtig geniales Gameplay ist. Äh, was ihr hier seht, ist ein 147 zu 0, also flawless, äh, PC-Gameplay solo in Herrschaft erspielt. Also, hier nicht mit 6-Mann-Team, Perma-Orbi oder sowas, ist einfach nur Solo. Allein das ist schon mal richtig krank, meiner Meinung nach, und dazu kommt auch noch die Tatsache, dass das Ganze nicht wie, wie da mal mit AN94 oder MSMC oder im ganzen C4 rumgespammen, er spielt worden ist. Nein, er spielt hier mit einer M8A1 oder M8A4, keine Ahnung, wie die Waffe heißt, ich spiele das Spiel nicht, weil ich es scheiße finde. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall spielt er hier mit der 4-Schuss-Waffe, mit Schalldämpfer und alle, das, deswegen nochmal Respekt dafür. Und ja, das war's, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin raus und tschüss. Und ja, das war's. Und ja, das war's. Und ja, das war's. Und ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020